Gestern wollten so viele Fans Alice Mbarek, 33, auf der Fuck You Goethe 2 Kino-Tour sehen, dass die Veranstaltung in Nürnberg sogar von der Polizei abgebrochen werden musste. Was den Schauspieler zu solch einem Frauenmagneten macht, zeigen diese fünf Fakten. Seine Kohlenrollen, Kreischalarm auf mein Video, Alice Mbarek sei Dank. Alice Mbarek scheint für einen Schauspielpart wie geschaffen, der Kohlemacher, der im entscheidenden Moment Herz zeigt. Schon in der Fernsehserie Türkisch für Anfänger mimte der 33-Jährige den Macho Zähm. Bereits in dieser Rolle macht Mbarek zahlreiche weibliche Zuschauer auf sich aufmerksam. Während der gebürtige Münchner die Damenwelt danach in Traumfrauen mit einer etwas lieblicheren Rolle um den Verstand brachte, lässt er in Fuck You Goethe 1 plus 2 wieder den Marker raushängen. Der Erfolg gibt ihm und den Casting-Verantwortlichen recht. Allein am Kino-Star-Tag von Teil 2 der Komödie lockt Mbarek 403.000 Zuschauer in die Kinozelle. Sein Sixpack, einer der Gründe, auch seinen neuesten Film zu besuchen, dürfte für viele ZuschauerInnen der durchtrainierte Körper des Schauspielers sein, der in einigen Szenen zu sehen ist. Laut Kollegin Lennar Schöman arbeitet Mbarek bereits Monate vor Drehstart von Fuck You Goethe fünfmal pro Woche mit einem Personaltrainer zusammen und nahm 8 Kilogramm ab. Respekt! Er hat Stil, und davon viel, ein durchtrainierter Körper muss in Szene gesetzt werden, und das gelingt Mbarek auch in Kleidung. Sei es in Ledejacke oder im schicken Anzug oder durchsichtigen Pulli, der Künstler mit tunesisch-österreichischen Wurzeln beweist immer wieder aufs Neue sein Gespür für Mode und Stille. Sein sexy Lächeln, wem die bisher aufgezählten Gründen noch nicht reichen, der braucht nur einen Blick in Mbareks Gesicht zu werfen und schon ist es um ihn geschehen. Das Lächeln und die strahlend weißen Zähne des Schauspielers sind es, die seine weiblichen Anhänger dahin schmelzen lassen, die Drei-Tage-Bart trägt ebenfalls zum attraktiven Erscheinungsbild des 33-Jährigen bei. Sein Humor, wer ein so umwerfendes Lächeln besitzt, der ist auch für jeden Spaß zu haben. Das beweist Alice Mbarek nicht nur im Kino, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram postet der Schauspieler regelmäßig Schnappschüsse inklusive lustiger Bildkommentare. Auf einem aktuellen Foto hält er einen Zettel mit einem Glückskeckspruch in der Hand, ihr Name wird einmal berühmt werden, ist darauf zu lesen, und Mbarek witzelt, labbe nicht. Fest steht, die 33-Jährige ist berühmt, und ein Frauenschwarm sowieso.